so leute weiter geht's mit gebrüll immer noch mit der operation avalanche ja lange rede kurzer sinn ich wollte mich hier noch ein bisschen umschauen bevor wir hier zu den kunden da hin ran, wie die munition so aussieht hier scheinbar nichts drin ist, leid, aha, gewärmesition was haben wir hier stellen, auch nichts, wie sie sehen sehen sie nichts sanigran so, wie stark sind es da hier drinnen so oh, da belabert ein, ja, das geht halt aus dem sack die zeigte laber so, was haben wir denn, die granaten haben wir auch ausreichend ok, wo geht's hier lang, wo geht's hier hin ins nirgendwo, oder wie so, na ok, werden wir mal zu dem kollege davorstoßen oh, wo ist'n kerr ah, hier, genau wollen wir noch munition aufnehmen, ja das ist doch gut so, munition, ja, damit dann heben wir uns auf so, wo ist das kollege so, wo ist das kollege na, weiß nicht, dass man ja versehlich immer auf uns schieft hier ah, da kann ich mich noch dran erinnern das war doch ne mausefalle hier na ja na ja runter gute arbeit, jetzt aber nicht, zieh raus hier wo kam das denn hier weiter feuern lasst nicht locker feuer frei, keine gefangenen so, dann müssen wir euch jetzt freundlich zum akkermachen wir müssen sie aufhalten oh, ja du bist ja noch von mein, weil noch von mein oh, ich muss da auch wo sind, ah, hier ist ne treppe so, jetzt gibt es saures hier da drüben, muss ich auch wo noch rein au, 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 irgendwas erklärt doch die Schönen, ich weiß nicht wo her zu können da drüben, auch irgendwo ist auch was zu freuen, hier ist das hier unten je noch etwas rein ah, da drüben noch ich sehe die scheiß quälen hier und noch missbohren so so ja jetzt wird es richtig schwer ich kann mich schon werfen an den mikrofonen was land aus dem frachter wir sind gestern gelandet hat mich an meine männer hergeschickt um die 8 zu markieren unsere warhawks warten nur noch auf den angriffsbefehl ihr feuchschirm jungs wisst wie man kämpft macht ihr mit das wird eine tolle party garantiert rücken wir ab Klar mache ich damit, aber nachdem ich mich überholt habe, dass ich das im Acker gemacht habe hier. Ich habe aber jetzt die Ölgranaten irgendwie in der Kastro. Damit habe ich nicht gerecht geklappt. Die 64-Schissmagazin macht schon was her. Ich bin gerade nicht so richtig wohl. Hier fliegen überall Granaten rum. Gefällt mir nicht. Ah, nee, das ist schon mal ganz gut. So. Boah. Und Spreide fliegen hier mit. Ich nehme meine ganze Seite hin. Da ist schon da oben. Mann. Das ist schon mal zu schnell hier mit dem Rauskrabbel. Ja. Den schießt hier. Da oben. Ja. Ja. Da oben. Ich habe gerade den letzten Dusch gemacht. Da haben sie eine Granate vor die Zähne geworfen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Jetzt haben wir noch die Granaten. Wo die Stiefgranaten noch welche. Wo geht denn noch? Ja. Die Vorrocks kommen nicht nah genug ran. Die Vorrocks kommen nicht nah genug ran. Ah. Da muss ich mal rumsehen. Da muss ich auch ok sein. Ich bin beschieden hier. Ich bin jetzt mal aus. Ich bin jetzt noch nicht aus. Wir wollen ja noch mal raus. Oh. Wie weit. Ich muss oft nicht viel Kaffee trinken. Danke. Kein Kaffee. Ich glaube das aber nicht. Oh. Schade. total trockenen kuschel und empfiehlen so mit reihe so also So, scheiß Granaten für euch hier Da muss ich quäkeln Ich bin sicher schon wieder fass Aber da sind wir noch noch blind hier Oh, da gibt es das mit seinem Gelauber, he? Wurde noch? Wurde noch? Wurde noch? Wurde noch? Wurde noch mal da hinten Die kann mir doch mal nicht laufen von der Nase hier unten Durch die Kisten durch Feindliche Infanterie Ah! Dammit Wurde noch mal Wurde noch mal Wurde noch mal Mann Klar Zumindest arbeite ich dran So, dass wir leben Oh 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 mol Oh 74 Hier hat nur magazin 50 wir wollen die so und machen uns dann vom agger Körnel Scottwell, kommandierender Offizier, Abschlussbericht für Operation Avalanche. 13. September 1943. 45 Minuten nach ihrer Alarmierung waren unsere Luftlandetruppen unterwegs. Nach der Landung wurden ein Treibstofflager und eine Funkstation zerstört. Dann waren unsere Männer an der Zerstörung einer Artilleriestellung beteiligt. Die Operation war ein voller Erfolg. Rom ist zum Greifen nah. Die Deutschen ziehen sich nach Norden zurück. Ich schätze, es wird Zeit, Französisch zu lernen. So, damit ist unser... Wie sagen wir, plus drei Sterne gekriegt. So, was gibt es denn die Sterne überhaupt? Das ist doch doof. Das finde ich jetzt blöd. Wieso haben wir hier plus drei Sterne gekriegt? So, na egal. Auf jeden Fall haben wir die Partys abgeschlossen. Oh, ich habe eine Präzision gehabt. Ja, ich sage jetzt mal... Tschüss und weg. Sheridan, LP. Ich bin gerade für dich. Ich habe eine Präzision. Das war die Präzision. Nicht so, ich bin glücklich. Du bist.